Die Frage ist, wie interagiert man mit dem Betriebssystem in Talent? Und zwar haben wir hier einmal einen kleinen Job, wo wir eine Server-Live- und eine T-System-Komponente verwenden. Und das Ganze machen wir in dem Job-System-Interaction. Den zeige ich dir hier. Und zwar zunächst habe ich eine Variable definiert, Host, mit meiner Localhost-IP-Adresse. Und werden dann zunächst mal einen Ping auf uns selbst sozusagen ausführen, um zu sehen, ob der Server läuft, ob die Maschine läuft. Und wenn das okay ist, also wenn dieses Result hier ein True zurückgibt, dann werden wir auf der Konsole rausschreiben, Server Running. Wenn wir dann wissen, dass der Server läuft, können wir dort auf der Konsole einen Befehl ausführen, nämlich dass wir quasi hier so ein Echo Hello World absetzen und das in eine globale Variable schreiben. Man könnte das Ergebnis auch direkt auf die Konsole ausgeben oder beides. Oder normal, das heißt einen Datenstrom draus machen. Ich habe es aber in eine globale Variable gepackt und es sagt dann hier in Subjob, okay, möchte ich die Nachricht von T-System ausgeben und dann hier der Output, in den ich dann eben aus der Global Map hole. Dann führen wir das mal aus und dann sagt der Erste hier, dieser T-Darver 1 ist okay und es sagt Server Running und der Zweite sagt hier, bei Subjob, T-System und dann kriegen wir diese Nachricht hier hinten raus. Und das ist, was ich dir zeigen wollte, wie interagiert man mit dem System in Talent. Und das ist, was ich dir zeigen wollte, wie interagiert man mit dem System in Talent.